Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute aus dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus die Lenz'sche Regel genauer ansehen. Für dieses Video solltet ihr auf alle Fälle bereits den Film über das allgemeine Induktionsgesetz gesehen haben. Wir lernen heute, was die Lenz'sche Regel ist, wie das Ganze genau funktioniert und wo sie angewendet wird. Dann wollen wir mal. Die Lenz'sche Regel besagt folgendes. Die durch eine magnetische Flussänderung induzierte Spannung ist immer so gerichtet, dass sie ihrer Ursache entgegenwirkt. Wir hatten ja bereits schon im Film über das Induktionsgesetz gehört, dass in der Formel für die induzierte Spannung die Lenz'sche Regel durch ein Minus... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und.. Komm! Subいきます... Abonniert mitt.... So kann auch auf Wissen... ... CHANNEL Planning likes! ... landse orientiert... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020